Egal ob es es heißt, Schwachgeld zu tragen, egal wann, egal wo, voller Stolz. Egal ob es es heißt, das volle Logo zu tragen, das ganze Logo zu tragen mit Stolz. Egal ob es ist, Schwachgeld zu tragen, egal wann, egal wo, Tradition pflegen alles. Unser Endspielführer, Führer, dort oben, die schauen auf uns. Dizidürmer, der schaut auf uns. Egal ob es ist, Egal ob es ist, Egal ob es ist, Egal ob es ist. Pauli Bell, nach oben. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Und wir haben gesagt, Kevin Paul, auch nach oben, Kevin Paul, das Glück ist. Unsere Farben, unser Wappen, unsere Spieler, alles ist traditionsfähig. In der DDR gab es für jeden Spieler, der das 100. Spiel vor unserer Mannschaft beschritten hat. Kampf, Leidenschaft und Wille gab es einen kleinen Wimpel. Wir als K-Block in Vertretung für die gesamte Dynamo-Fail-Leidenschaft übergeben uns hier. Wir als K-Block in Vertretung für die NDR gab es einen kleinen Wimpel. Wir als K-Block in Vertretung für die NDR gab es einen kleinen Wimpel. Wir als K-Block in Vertretung für die NDR gab es einen kleinen Wimpel. Vor 100 Spiele haben wir betritten für unseren Verein. Ihr könnt auf den Ort wohl schaffen, ihr könnt für unseren Feind gerade stehen, egal was, egal wo, alle zusammen zählen. Wir haben auf den Reihen. Wir haben auf den Weihl, wir haben auf ihn. Und bevor ihr alle auf den Schwein은 dreht, die Arme gehen nach oben. Alle Arme gehen nach oben. Alle. Hör mich, den Dünner. Wir an ihn, die Mannschaft. Egal wer, alle Arme gehen nach oben. Wir unterteilen, für Schwarz und Gelb, für Dynamo, für Dresden, Dynamo Dresden! Dynamo Dresden! Dynamo Dresden!